Die DHV News vom 1. Juli 2022 Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir haben es geschafft. Alle Hearings liegen hinter uns, hinter mir. Ich war ja für den DHV jeweils dabei. Es war anstrengender, als ich erwartet habe, muss ich sagen. So acht Stunden am Tag konzentrieren. Gut, Minus Pausen. Aber ja, irgendwie hat es mehr geschlaucht als erwartet. Ich bin jetzt seit einiger Woche konzentriert auf meine Rolle als euer Lobbyist. Teil meiner Arbeit eben. Und der hat jetzt im Vordergrund gestanden. Einerseits auch bei der Erstellung der Eckpunkte ja schon. Was zunehmend jetzt Richtung Anhörung und Richtung Cannabis-Normalkonferenz vor allen Dingen eben auch wichtig war. Die Cannabis-Normalkonferenz selbst. Und dann aber auch eben diese fünf Hearings, an denen ich da beteiligt war. Das Drogenbeauftragten Blienert. Und gestern ist das erste Hearing, das letzte Hearing zu Ende gegangen. Und ja, diese Anstrengung gilt auch für das ganze DHV-Team jedenfalls, was die Eckpunkte und die Cannabis-Normalkonferenz angeht. Ja, das hat ein bisschen, man hat es ein bisschen gemerkt. Ja, ein paar andere Sachen haben wir halt nicht so geschafft wie sonst. Und ich bin auch nach wie vor jetzt auf Entzug, was Nachrichten angeht. Ja, also ich habe praktisch nichts mitgekommen, was irgendwie sonst los war in der Cannabis-Welt international. Von daher war ich so sehr auf die Hearings konzentriert, dass das also jetzt auch das einzige Thema ist. Also diese Sendung hier ist nochmal ein One-Hit-Wonder sozusagen mit dem einen Thema Hearings. Und nächste Woche gibt es dann wieder normale News mit normalen News eben. Ja, wir waren mit dieser ganzen Vorbereiterei offensichtlich ziemlich erfolgreich. Muss man sagen, die langfristige Strategie seit der Wahl hat perfekt funktioniert. Da haben wir uns ja schon überlegt, okay, Weihnachtsspendenkampagne, Konferenz, um eben unsere Eckpunkte zu besprechen. Damit wir auch wirklich irgendwie was möglichst Gemeinsames da reintragen in diese ganze Debatte rein. Und ja, das hat dann eben insgesamt dazu geführt, dass wir, ich bei allen fünf hier übrigens dabei, war. Und ansonsten war das, glaube ich, war das nur bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen der Fall. Ich hatte jetzt keinen im Kopf, der da irgendwie ansonsten immer dabei gewesen ist. Bis hin zum eben öffentlichen Hearing, wo eigentlich vor allen Dingen internationale Gäste dabei waren und nur sehr wenige Deutsche dann nochmal mit am Tisch saßen, ja, war mir eine Ehre, dass ich dann da letztendlich ausgesucht worden bin. Und das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir eben durch die ganze Vorarbeit, ja, und überhaupt, weil wir der Handverband sind, ja, überdurchschnittlich detaillierte Positionen zu allen möglichen Detailfragen und ganz unterschiedlichen Bereichen eben auch mitgebracht haben da in die Hearings. Aber wohin führt jetzt das Ganze mit den Hearings, ne? Wann bubert es legal? Da habt ihr jetzt auch noch keine Antwort drauf, ja, was ist jetzt da los? Hearings vorbei und jetzt ist Legalisierung jetzt am Start? Ne, immer noch nicht, ne? Dann werden wir da alle sagen, ja, ihr habt euch ja belügen lassen, das ist ja immer noch nicht legal. Also, naja, also vorweg erstmal, ich bin wesentlich zuversichtlicher mittlerweile, was jetzt das Ganze angeht, auf Bundesebene jedenfalls. Dass die das geregelt kriegen, glaube ich, mittlerweile schon. Und das ist schon auch ein super Erfolg, ja, weil gerade vor ein paar Monaten Lauterbach ja noch gesagt hat, wir haben das dieses Jahr gar nicht auf dem Schirm beim Gesundheitsministerium, nächstes Jahr vielleicht, ne? Aber davon, von dem Problem ist nichts übrig geblieben, vom Lauterbach-Problem. Das hat sich komplett in Luft aufgelöst. Und der steht jetzt der Legalisierung jedenfalls nicht mehr im Weg, ja, und daran hätte es scheitern können. Aber wir haben es geschafft. Toller Erfolg übrigens für uns alle, ja, alle, die da mitgemacht haben, alle, die irgendwie mal einen Kommentar geschrieben haben, alle, die auf Twitter mitgemacht haben, Hashtag Karl am Zug zwei Tage lang trennen zu lassen. Und viele auch von den Politikern, die mitgeschoben haben, wahrscheinlich auch intern im Ministerium, nehme ich an, bis am Ende dann Lauterbach gesagt hat, okay, alles klar, machen wir es halt dieses Jahr und Startschluss gegeben hat. Also, da haben wirklich viele mitgeholfen, diesen Knoten durchzuschlagen. Und der angekündigte Plan von Lauterbach, der war ja gestern auch mit dabei, hat Großwort gehalten und verkündet, dass eben jetzt im Herbst das BMG selbst Eckpunkte vorlegen will, so wie wir das eben jetzt auch gemacht haben, wo die eben die Ergebnisse der Hearings einfließen lassen und dann zum Jahresende der Gesetzentwurf fertig sein soll. Zwischendurch war einmal von Herbst die Rede, also das wird wohl eher nichts jetzt, die wollen erstmal selber eben grundsätzliche Positionen erarbeiten. Aber dass sie das schaffen bis Herbst und Ende des Jahres, das ist, glaube ich, mehr als realistisch. Erst dachte ich, naja, das ging jetzt so schnell mit den Anhörungen und so ambitioniert, sage ich mal, durchgezogen. Vielleicht geht es noch ein bisschen schneller. Aber andererseits haben die jetzt eben da auch eine sehr komplizierte Aufgabe, Blindert und sein Team. Wir haben ja schon gesehen innerhalb des DHV-Teams hier im Berliner Büro und dann innerhalb der Community auf der Konferenz, wie intensiv man tausend kleine Details besprechen kann, dieser ganzen Legalisierungsfrage. Und wir konnten uns ja netterweise Themen rauspicken, die uns interessieren. Wir mussten ja gar nicht alles besprechen. Wir haben Riesenteile auch einfach ignoriert. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber da ist auf jeden Fall auch ein Haufen Zeug, wo wir überhaupt nicht drauf eingegangen sind soweit. Und was auch eigentlich für uns erstmal wurscht ist. Aber die müssen jetzt wirklich jedes Detail klären. Der Gesetzentwurf kann ja nicht hier und da möglichen Lücken offen lassen, sondern muss Lücken schließen. Und die können sich da nicht vorweg ducken und drücken davor, wie wir. Und sie haben aber noch eine sehr integrierte Gruppe an Politikern eben da, die da mitreden am Ende und Entscheidungen fällen und eben auch an Experten. Da sind wir doch immer noch nach wie vor doch was einiger in der Community unterwegs. Und manche von diesen Experten, die da mit dabei waren, können auch erheblichen Ärger machen, wenn denen irgendwas nicht passt, was die jetzt da aufschreiben in die Eckpunkte. Ärzte, kennt ihr alle die ganzen Artikel, wo dann Ärzte warnen vor der Legalisierung, weil das alles viel zu lasch ist und dann haufenweise Kinder irre werden oder so. Oder auch der Handverband selbst. Ja, auch wir könnten ja Ärger machen, wenn da irgendwie Unsinn drinsteht im Entwurf, wo eigentlich klar ist, das kann so nicht funktionieren. Also da müssen die versuchen, möglichst viel unter einen Hut zu bekommen. Aber die Anhörungen selbst sind, finde ich, ziemlich gut gelaufen. Die waren ziemlich strukturiert insgesamt. Besonders, wenn man bedenkt, wie schnell das jetzt alles gehen musste nach dem Startschuss, der dann endlich kam. Und das ja auch in unserem Sinne, da das Ganze schnell gegangen ist, auch wenn das hier ein bisschen holter die Polter war. Aber wir wollen ja, dass vor den Sommerpausen noch durchgezogen wurde. Ja, da profitieren wir ja von, wenn dann nach der Sommerpause relativ bald die Regierungseckpunkte kommen, dann war das wert, die Eile. Die Liste der Angehörigen, ja, wenn man, die können euch ja angucken, auf der Sonderseite von Blina zu dem ganzen Prozess hier, zu den Hearings. Und da fällt halt schon auf, nochmal wird einem nochmal richtig bewusst, wie viele Menschen eigentlich schon im Zusammenhang mit Cannabiskonsumenten arbeiten, ja, beruflich und eben insbesondere mit den Cannabiskonsumenten, die im Gesundheitssystem aufschlagen, die irgendwelche Probleme haben. Mit denen befassen sich sehr viele Leute beruflich, die dann entsprechend auch diverse Vereinigungen haben, eben Psychiater, Kinderpsychiater, Ärzte, Verbund, wird bei sich alles Mögliche. Und die dann eben alle Stellungnahmen schon mal geschrieben haben, in den letzten Bundestagsanhörungen dazu oder eben jetzt Eckpunkte zur Legalisierung sich irgendwie geäußert haben. Und dann schlagen die da massenhaft in Anhörungen auf. Also sehr gesundheitslastig insgesamt diese Angehörten schafft. Manchmal habe ich gesagt, da könnten noch ein paar andere mit dabei sitzen mal. Und diesen Fokus auf diese 10% Problemkonsumenten konnten viele von denen auch nicht so richtig loswerden, hat man schon gemerkt. Auch die, die für Legalisierung sind, sind durchaus viele dabei aus dem ganzen Hilfesystem, die sagen, ja, das mit der Kriminalisierung bringt überhaupt nichts und ein legaler Markt ist besser als ein illegaler, auch für unsere Klienten. Aber trotzdem haben die diesen Blick auf die 10% Problemkonsumenten eher. Ja, und da es eben auch 90% unproblematisch Konsumierende gibt, das ist da nicht so bewusst, die sind mir aber bewusst, ja, die vertrete ich ja eben auch logischerweise und insbesondere. Und das ist so eine Art Kulturschock, sage ich mal, wenn ich da im Prinzip meine Beiträge gebracht habe und wenn ich da im Prinzip eben ganz normal über Cannabis rede, ja, wie das eben auch so normal ist, ohne die Problembrille auf. Und das ist für manche sicherlich richtig schwer verdaulich gewesen, ja, und für manche nochmal irgendwie so ein Aha-Erlebnis irgendwie, ja, okay, von wegen, vielleicht müssen wir demnächst mal Cannabis auch so mal denken. Allein das Wort Cannabiskultur habe ich mehrfach an verschiedenen Stellen gebracht, denke ich, also zum Beispiel bei der Frage Import aus traditionellen Anbauländern, Marokko, Libanon, Nepal oder so, das gehört zur Cannabiskultur dazu. Das ist halt überhaupt nichts, was die bis jetzt so auf dem Fokus hatten oder überhaupt irgendwie mal was von gehört haben, dass man Cannabis-Thema auch wie so ein Gourmet feiern kann irgendwie, wie Wein. Und halt auch total okay ist grundsätzlich, dass da gar nichts gegen einzuwenden ist. Da muss ich erstmal noch setzen bei vielen von diesen Gesundheitsleuten da. Und das war vielleicht sogar wichtiger am Ende, diesen Gedanken mal so ein bisschen reinzubringen als die ganze Detaildiskussion. Ein gutes Beispiel dafür ist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, mit der ich in den meisten Punkten durchaus übereingestimmt habe. Ja, die sind auch für Legalisierung und gegen Kriminalisierung der Konsumenten und so weiter. Und wir sind uns auch einig, dass Prävention massiv hochgefahren werden muss. Und das Geld dann auch dafür verhindert werden sollte, ein Teil davon von den Cannabis-Steuern. Aber eben dieser unterschiedliche Blick auf die Kunden, das merkt man doch sehr. Und weil eben das auch in der öffentlichen Diskussionsrunde gestern in der Podiumsdiskussion aufgetreten ist, kann ich in dem Fall auch darüber reden. Und diese komplett unterschiedlichen Vorstellungen zeigen sich beim Thema Fachverkäufer. Ja, was sollen die leisten in den Shops? Und die Frau Sauermann von der DHS sprach dann davon, dass diese Fachverkäufer den Zustand der Kunden praktisch erkennen können sollten. Ja, und wenn dann jemand einen Tag vorher schon da war, Cannabis kaufen und jetzt total müde aussieht im Laden, dass die dem dann mal irgendwie ein Gespräch anbieten und dem erst mal nichts mehr verkaufen. Ja, und das ist natürlich widersprochen, ist ein absolutes No-Go, ja, völliger Quatsch. Das stelle ich euch mal vor. Ihr geht da in den Laden und da sagt der Typ da hinterm Tresen, Alter, du siehst voll scheiße aus heute. Dir gebe ich heute nichts, weil ich das kann. So, ja, also, was ist das für ein Laden? Ja, also, so geht das nicht logischerweise. Das schreckt die Leute ab. Dann gehen die weiter auf den Schwarzmarkt, bevor die dann jedes Mal, wenn die sich in den Laden gehen, wie sonntags vor der Kirche schniegeln, so, schön kämmen und nochmal baden und so, damit man vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen Augenringe wegschminken oder so. Also, das ist ja Blödsinn. Das mal nur so als Beispiel, ja, so derartige Sachen haben sich dann halt viele abgespielt, sag ich mal, in den Anhörungen. Ja, und von außerhalb, wie gesagt, so was wie ein Jugendforscher Hurlmann, den hätte ich zum Beispiel gerne mal dabei gesehen noch, der eine ganz andere Perspektive hat auf Jugendliche und eben, wo der nochmal sagen würde, ja, das ist total normal, dass die Leute im Jugendalter anfangen zu konsumieren, zu experimentieren. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern. Offensichtlich, also, Prohibition kann das ja auch nicht verhindern. Die Zahlen sind ja da massiv gestiegen die letzten Jahre über. Das haben wir ja letzte Woche nochmal gehört. Also, das ist ein viel realistischer Blick dann am Ende, was so ein Jugendforscher dann da sagen würde. Über konkrete inhaltliche Aussagen der anderen Teilnehmer sollen wir bitte nicht öffentlich sprechen, damit eine vertrauliche Atmosphäre geschaffen wird und jeder offen seine Meinung sagen kann mal, ohne jetzt gleich zu befürchten, dass am nächsten Tag man in sozialen Medien von Andersgesinnten da angefeindet wird oder so. Das kann ich grundsätzlich nachvollziehen und werde mich daran halten. Na, ich werde jetzt nicht sagen, die Person hat denn hier und hier und hier nichts gesagt und das ist voll doof oder so. Das spreche ich mir hier, ist auch nicht nötig, tut der Sache auch nicht gut oder was. Grundsätzlich waren das ansonsten ja inhaltlich tatsächlich vernünftige Gespräche, auch wenn man da nicht immer einer Meinung war. Wir arbeiten aber am Vergleich der verschiedenen Eckpunkte Papiere, die rausgegeben worden sind. Ich hoffe, wir kriegen wir nächste Woche online, dann werden die Unterschiede auch so deutlich, wer da was so ungefähr vorträgt und wo ungefähr die Konfliktlinien liegen. Aber ein paar allgemeine Dinge kann ich schon noch sagen dazu. Also erstmal wenig überraschend, aber nochmal bestätigend will ich das sagen, es waren auch ein paar andere sehr deutlich reformorientierte Organisationen da. Außer dem Handverband halt, die haben alle ihren Job gemacht, irgendwie ihre Beiträge gebracht für die Konsumenten, für vernünftige Regelungen und so weiter, für nicht zu harte Grenzen und so. Ja, ihr wisst schon, so ein bisschen halt reformorientiert. Einmal konkret genannt werden sollte da Max Plenert für Akzept e.V., Bernd Verse vom Schildauer Kreis, Hubert Wimber für Lieb, Richter Müller als Einzelsachverständiger, mal so als Beispiel für die, die da schon vom Namen her und von Organisationen her entsprechend positioniert sind. Ich war also nie so ganz alleine unterwegs da, aber eben auch nicht, weil erfreuliche Beiträge auch oft aus Richtungen kamen, wo man da überhaupt nicht mit gerechnet hat. Dass zum Beispiel die Frau vom Kinderschutzbund, die auch gestern bei der Podiumsdiskussion mit dabei war, die eben auch sagt, ja, Entkriminalisierung sofort, die mir da zugestimmt hat, von wegen, das macht überhaupt keinen Sinn, die Leute da weiter zu verfolgen, die auch sagt, auch Jugendliche sollten nicht verfolgt werden und nicht bestraft werden und so weiter. Auch ein vernünftiger Ansatz, ja, wo man dann auch selbst aus der Kinderschutzrichtung eben Alliierte findet, wo früher immer die Gegner irgendwie herkamen und gesagt haben, ihr seid eine Gefahr für die Kinder und so. Jetzt ist eben klar, die Prohibition ist eine Gefahr für die Kinder in allererster Linie. Oder Arthur Schröers, den würde ich auch nochmal nennen wollen vom Deutschen Städtetag, der wäre jetzt nochmal sehr erfreulich. Den kannte ich noch aus den 90ern, aus NRW, da war der mal in einer niedrigschwelligen Drogenhilfe in Münster unterwegs. Jetzt scheint ihn nach Trier in irgendeiner Drogenberatungsstelle verschlagen zu haben, ewig nichts mehr von dem gehört. Auf einmal taucht er da auf und redet für den Städtetag irgendwie sinnvolles Zeug da. Super. Rein zahlenmäßig waren natürlich trotzdem mehr Experten da, die eher skeptisch sind, was so unsere liberalen Positionen angeht, mit möglichst wenig Limits und Grenzen und so weiter. Wobei da auch dazu gesagt werden sollte, wir vom Handverband sind ja zum Beispiel auch für ein Werbeverbot, sowohl für Cannabis als auch Tabak und Alkohol und im Verkauf von Cannabis nur in Fachgeschäften und nicht an jeder Ecke. Wie es auch bei Alkohol sein sollte, zum Beispiel, aber ansonsten haben wir natürlich schon auch sehr viel liberalere Positionen, als da ansonsten vorgetragen werden und da sind eben die meisten anderen anderer Meinung. Aber die haben erstaunlich wenig gesagt, diese Leute, muss man auch dazu sagen und wahrscheinlich auch deswegen, weil die in vielen Details, die da besprochen wurden, gar nicht so drin sind in der Materie, wie wir das sind, einfach weil wir der Handverband sind und weil wir eben die ganze Vorarbeit schon ewig gemacht haben jetzt mit den Eckpunkten und so und mit euch diskutiert haben, nach eurer Meinung gefragt haben. Da muss man wirklich sagen, da kam auch ein Haufen Zeug nochmal irgendwie, wo wir nicht selber von Anfang an immer mit dran gedacht haben, was wir jetzt vortragen konnten. Also das war auch hilfreich, auch unsere Ideen da möglichst breit aufzustellen. Das hat also geholfen. Wahrscheinlich war ich letztendlich tatsächlich derjenige selbst, der am meisten gesprochen hat in Anhörungen. Also würde mich wundern, wenn irgendwer sonst einen höheren Redeanteil gehabt hätte. Aber eben auch eben genau deswegen, weil ich viel zu sagen hatte. Ich habe also glaube ich nicht die anderen Leute da mit Wiederholungen genervt oder irgendwie ewig nur rumgeschwafelt, sondern wirklich bam, 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 irgendwie konkrete Punkte auf den Tisch gelegt und denke, dass das bei vielen auch den einen oder anderen Gedanken angestoßen hat. Statements nochmal auf Blinats Homepage, da wollte ich noch darauf hinweisen, da wurden schon von den ersten beiden Hearings Statements veröffentlicht, die man als Angehörter nach der Sitzung dann jeweils nochmal kurz abgeben konnte zum Veröffentlichen. Haben nicht sehr viele gemacht, aber meine sind für die ersten beiden Hearings online und für die nächsten beiden kommen die wahrscheinlich jetzt bald. Aber was jetzt dabei rauskommt, steht komplett in Sternen. Das kann man überhaupt nicht sagen. Die Auswertung der Anhörung macht jetzt noch ein externer Dienstleister, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es kommt jetzt da wesentlich zum Beispiel darauf an, ob einfach zahlenmäßig Pros und Kontrast zu bestimmten Fragen berücksichtigt werden. Wie viele von den Experten waren jetzt für oder gegen irgendwelche Obergrenzen zum Beispiel. Oder ob sie auch die Argumente mitliefern bei der Auswertung, was dann eben an die Regierung weitergegeben wird und das eben nicht quantitativ, sondern qualitativ bewertet wird. Sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Das weiß man eben nicht. Und es waren keine Entscheidungsrunden, weil immer wieder gefragt wurde, was jetzt dabei rausgekommen ist. Das waren keine Verhandlungen. Da ist gar nichts rausgekommen dabei und war nicht der Sinn der Sache, dass jetzt da irgendwelche Ergebnisse am Ende stehen, sondern die Regierung hat sich von unterschiedlichen Experten briefen lassen, hat sich alles in Ruhe angehört. Es gab überhaupt keine Äußerungen jetzt in irgendeine Richtung von den Regierungsleuten selbst, inklusive Blinat, der eher moderiert hat, dann abwechselnd mit seinem Stabschef. Also zugehört. Das war der Sinn der Sache. Auch diverse Vertreter von Ministerien aus mehreren Ministerien waren da ständig zugeschaltet, ohne dass irgendwie mal die Kameraden gemacht hätten oder irgendwas gesagt hätten. Von ein, zwei Ministerienvertretern kam da mal eine Nachfrage im Chat, der auch reichlich genutzt wurde, auch von mir, wo man sagte, okay, werfe ich mal eben noch die und die Informationen, den Link rein, irgendwelche Hintergrundgeschichten. Das war auch eigentlich gut nutzbar. Ich konnte am Ende wirklich alles sagen, was ich sagen wollte. Da war erstaunlich viel Zeit übrig. Ich hatte vorher gedacht, das wird knapp jeweils die Themen da in einer Stunde abzureißen und anderthalb war überhaupt nicht so. Wir haben oft früher Schluss gemacht, weil keiner mehr was sagen wollte. Insofern war überhaupt kein Problem, meine Punkte da vorzutragen. So, jetzt wissen wir erst mehr, wenn die Regierung ihre eigenen Eckpunkte vorlegt und die dann Richtung Jahresende in Paragrafen übersetzt. Dann wissen wir erst, an welchen Stellen eben die Verständnis für Cannabiskultur sichtbar wird und letztendlich ein ganz normales Genussmittel da in Fachgeschäften verkauft werden soll und dass das jetzt nicht ausschließlich durch die Problembrille betrachtet wird. Wie viel davon, von welcher Seite sozusagen im Eckpunktepapier der Regierung am Ende landen, mich selber gespannt, werden wir mal sehen. Jetzt kann man das noch nicht sagen. Und dann geht die Debatte ja munter weiter. Erstmal im Bundestag, dann packen wir wieder die Eckpunkte aus und gehen wieder dahin und diskutieren wieder mit. Kann man nochmal auf Nachbesserungen hoffen. Da wird es vermutlich dann auch nochmal Anhörungen geben im Bundestag. Und jetzt mal vom Zeitplan her, nehmen wir mal an, die Regierung hat bis Ende 2022 dieses Jahr den Entwurf fertig, wie Sie sagen, was ich für realistisch halte. Dann wäre also die erste Jahreshälfte 23 die Debatte im Bundestag angesagt. Mit weiteren Anhörungen, wie gesagt. Kann man vielleicht annehmen, dass das bis zu einem halben Jahr dauern könnte, weil eben alles ewig dauert. Vielleicht auch ein bisschen schneller, ja, wer weiß. Aber auf keinen Fall länger als die Sommerpause 23. Das wäre schon blöd, wenn sie länger als ein halbes Jahr dafür im Bundestag nochmal brauchen. Das heißt also, Farbe bekennen und abstimmen ist dann angesagt im Bundestag, wenn die damit durch sind. Spätestens, also nur noch innerhalb der ersten Jahreshälfte 23 und in der zweiten Jahreshälfte 23 kommt dann der große Showdown im Bundesrat. Dann wird es also nochmal spannend. Einen Medienschnipsel habe ich noch für euch. Der Umsatz wird ja jetzt schon gemacht. Die Frage ist nur, in welchen Umständen. Jetzt versickert das ganze Geld im Schwarzmarkt, teilweise auch bei organisierten Kriminellen. Und es geht nur darum, das zu regulieren, Regeln einzuführen für diesen Markt. Ja, warm war es im Anzug. Ja, ich habe den trotzdem gestern nochmal rausgeholt bei dem schönen offiziellen Regierungsanlass da. Und Burkhard, ich kann nichts dafür. Ja, die Bauchbinde da. Ich habe denen nicht gesagt, dass ich der Drogenbeauftragte bin, sondern ganz im Gegenteil. Die Frau hatte mich gleich mit Herrn Blienert angesprochen. Ich so, Moment halt, ich bin nicht Blienert. Ja, ich bin Herr Wurt. Und mal in die Kamera gesagt und so, aber das hat nicht geholfen. Ich bin jetzt trotzdem da, der Blienert gewesen. Ja, sorry an der Stelle. Kann man nichts machen. Also, alles gut soweit. Ja, ich habe nichts mehr zu meckern jetzt. Erstmal grundsätzlich an dem Vorgehen da vom Gesundheitsministerium. Die meinen das ernst mit der Legalisierung. Da bin ich von überzeugt. Die machen jetzt flott vorwärts. Der Zeitplan ist realistisch. Eckpunkte bis Herbst. Entwurf, Gesetzentwurf bis Ende des Jahres. Leider sieht es nicht so aus, als würden die Konsumenten vorher entkriminalisiert. Das ist der wichtigste Kritikpunkt an dem ganzen Prozess nach wie vor, den ich auch habe, den ich ja auch gestern nochmal in der Podiumsdiskussion gesagt habe. Hunderttausende Strafverfahren werden diese ganzen Details besprochen werden. Das ist vollkommen unnötig und falsch meiner Meinung nach. Aber gut, ja, so sieht es aus und alles andere ist soweit in Ordnung. Und auch wenn das Lauterbach-Problem sich jetzt angenehm erledigt hat, ja, danke auch nochmal in die Richtung für das Go ans Ministerium, dann steht immer noch die CDU im Weg. Nach wie vor, der Bundesrat kann die Show noch stoppen und es gilt auch für die kommenden Landtagswahlen, bis wir irgendwas anderes von der CDU hören, geht wählen und stoppt die CDU. So, nächste Woche gibt es wieder richtige Nachrichten und heute nur noch Termine. Heidelberg, Ortsgruppe, Sitzung, hybride Teamsitzung, Montag, 4. Juli, Dienstag, 5., die Sitzung online in Konstanz, der DRV-Gruppe, dann ein echtes Treffen mit Leuten anfassen, wenn man will, Mittwoch, 6. Juli in Halle, Karlsruhe wieder online, Freitag, 8. Juli, Berlin, wiederum reales Treffen, Dienstag, 12., Juli, Braunschweig, offener Hanftisch der Ortsgruppe, Dienstag, 12. Juli und jetzt gehe ich ein bisschen weiter noch als sonst, weil da kommen noch große Events. Erstmal nochmal Hamburg, Stammtisch der Ortsgruppe, Donnerstag, 14. Juli, aber jetzt Mary Jane, Freitag, 15. Juli bis 17. Juli, sonntags die größte Hanfmesse Deutschlands, das Event des Jahres für die breite Masse, ich habe breit gesagt, also da werden wir auch einen DRV-Stand haben, auch ich werde die meiste Zeit da rumlaufen, können wir ein bisschen quatschen, kommen wir vorbei beim DRV-Stand und überhaupt, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen Cannabis-Kultur euch reinzuziehen, zumindest was jetzt irgendwelche Zuwirkung, Bimse angeht, dann seid ihr da richtig bei der Mary Jane oder wenn ihr mal mit dem Handverband quatschen wollt. Dann kommt Mannheim, Infotisch der Ortsgruppe, Sonntag, 16. Juli und dann gleich das nächste große Event für die Businessmen unter euch, die wirtschaftlich was reißen wollen, die vielleicht in irgendwelchen Unternehmen schon arbeiten, der aufkeimenden Hanfindustrie oder investieren wollen, da der ist bei der ICBC 2022 in Berlin, richtig, Dienstag 19. Juli bis Mittwoch, 20. Juli, wo ich übrigens ganz am Anfang zum Eingang der ganzen Geschichte sprechen werde, direkt vor Burkhard Lienert, dem Drogenbeauftragten, der auch da mit dabei ist. Das war es mit diesem One-Hit-Wonder, One-Themen-Wonder, DRV-News-Ausgaben-Dings und damit, ja, liked mal das noch hier, wenn euch das One-Hit-Wonder gefallen hat, ein bisschen Einblick in die Hearings. The Day After, direkt nach den Hearings, am nächsten Tag, hier brühwarm, die Infos, soweit ich da Einblick geben kann. Und den Kanal natürlich abonnieren, ja, wenn hier mal wieder richtige News kommen, demnächst, damit ihr das nicht verpasst, aktiviert also auch die Glocke und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020